einen schönen guten tag und willkommen zurück zu zero tolerance so damit ich da weitermachen wo ich letzt mal aufgehört habe mit der vierten high rise mission floor 162 dann würde ich mal sagen attacke ok sieht auch einigermaßen kompakt gebaut aus damit da 20 gichtner hauen 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 so ok heilung ok da in den flur rein wie viele räume sind das in 1 2 3 4 5 ok in großen räumen können ich denke mir davon aus halt in jedem raum sind fünf gegner drin ok Okay. Okay, Handgranaten. So, auf jeden Fall Schrotflinte. Oh, das ist eine Überwachungskamera. Okay. Es ist ja noch eine, meine Güte, ne? Oh, das ist ja noch eine, meine Güte, ne? Oh, das ist ja noch eine, meine Güte, ne? Oh, das ist ja noch eine. Noch eine. Okay. Mal schauen. Oh, der hat eine Granate noch mal geworfen. Ah. Wow, ist hier passiert. Häu. Ha, 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 ha. Handgranate collected. Handgranate collected. Handgranate collected. Handgranate collected. Shotgun collected. Shotgun collected. Okay, das war echt ein kleiner Pausenraum. Aber der eine hier so, die schmeißt echt mit Handgranaten um sich. Und ich bin froh, wenn ich die Dinger halt, äh, sicherheitshalber satt, nutze, um halt Sicherheitssystem abzuschalten. Die Kameras. Was? So, okay, bin ich... Jetzt tue ich... Ich hab noch 10 Gichter vor mir. Hier. Echt? Okay. Davon außerirdischer... Handgranate collected. Handgranate collected. Handgranate collected. So. Äh... Hab ich hiermit aufgeschreckt? Nein. Hab ich nicht. Wir haben hier Sachenraschung gepackt? Was? Oh ... Was? Ok. Handgrenade collected. Handgrenade collected. Ah? Gut, eine neue schutzsichere Weste liegt hier auch noch. Okay, da ist jemand aktiv schon. Einer fehlt noch. Ist okay. War eh nur noch gar kein Gegner mehr da. Gut. So, Level geschafft. Oder Mission geschafft. Ich nehme nochmal die Kevlar-Weste mit. So, auf jeden Fall eine frische, kugelsichere Weste. Jetzt heißt es zum Ausgang zurück. Momentan läuft das echt einigermaßen entspannt alles. Man weiß ja nur nie, wann so gehe ich da vorbei, kommt der eine Handgranate drauf einschmeißt. So, dann würde ich mal sagen, gehe ich jetzt nochmal einen Stockwerk tiefer. Proceed to the next level. Entering Bloor 161. So, dann würde ich mal sagen, okay, das ist echt ein, das ist echt groß diesmal. 56 gehe ich da, glaube ich, sobald ich rausgehe, gibt es schon Remi Demi oder so. Aber gut, äh, ich würde mal sagen, das war es dann auch wieder fürs Erste. Ja, nächstes Mal geht es dann weiter mit der fünften Mission, Floor 161. Ansonsten, wie gehabt, war es das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020